Sie machen einen Supermarkt erst zu einem Supermarkt und aus einer großen leeren Halle einen attraktiven Kassenbereich, in dem die Kunden möglichst schnell bedient und zufriedengestellt werden können. Die Kassentische im Ratio SB Warenhaus sind da. Mehr als 2000 Euro kostet jeder der 16 Tische. Hier gestellt wurden sie von einem Unternehmen im sächsischen Bautzen, von wo aus sie per LKW nach Bauneutral gebracht wurden. Am Ratio angekommen war jedoch Handarbeit gefragt. Die Kassentische, von denen jeder gut 600 Kilo wiegt, mussten per Rollwagen von der Laderampe aus quer durch den Supermarkt zum Kassenbereich gefahren werden. Nachdem alle Tische an ihrem Platz und fein säuberlich aufgereiht waren, ging es für die Monteure ans Verkabeln. Licht, Elektronik für Scanner und Computer und natürlich die Laufbänder. Um die genau einzustellen, brauchten die Monteure ihr ganzes Fingerspitzengefühl. Schließlich sollen die Einkäufe in Zukunft möglichst präzise und geradeaus über die Kasse laufen.